Das Konzept, was hinter dem TechSumme 2018 steht, ist kein solitär, also keine singuläre Veranstaltung, sondern eine Veranstaltung, eine Workshop-Reihe. Mit dem Schwerpunkt Tech to Business und Tech to Industry beginnen wir im Rahmen der Hannover Messe. Gefolgt mit einem wissenschaftlichen Schwerpunkt Tech to Science und Innovation Tank und Next Generation im Rahmen der CeBIT. Die zentrale Präsentations- und Abschlussveranstaltung findet dann im November in der Station in Berlin statt.